Diese hier angebotene 3-Zimmer-Wohnung ist ab Oktober 2013 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Büsseldorf-Bilg. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die Wohnfläche der nöblierten Wohnung liegt bei ca. 83 Quadratmetern. Die monatliche Pauschalmiete beträgt 950 Euro. Wir freuen uns, Sie näher zu informieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017